Fußball, Blamagen, Salz, all diese Dinge erwarten euch heute in unserem Video. Wir werden FIFA spielen. FIFA ist ein Computerspiel, bei dem Fußball simuliert wird. Es werden acht Spiele gespielt. Der Gewinner einer Partie darf dem anderen draußen eine Aufgabe geben. Also zum Beispiel, Max, mach vor dieser alten Frau ein Liegestütz oder anderes. Und anderen muss es durchführen. Also viel Spaß bei unserem Video. So, Match Nummer 1, österreichische Bundesliga. Ich glaube, ich nehme Alter. Alter oder was? Der Geburtsort, SKM St. Pölten, merkt man sicher. Na gut. Ich habe sogar das Passende dazu. Perfekt. Nicht so rot, nicht so schwarz. Okay. Oh! Oh! Tür! Aua! Scheiße! Boah, ich schloss dich bestraft worden. Ah, fuck. Ah! Ah! Boah, aus dem Nichts! Ja! Aus dem Nichts! Joa! Huh! Souverän! Nein! Huh! Was, 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 was? Absatz. Feier! Scheiße, nein! Da klingelt es. Da klingelt es. Ich sag mir Hose aus im Öffentlichen. Rutzmann, frisch! Sieg mir eins, raus auf die Straße, bitte! Ja! Okay, Maxi. Siehst du die alte Frau da? Schnell, schnell, schnell. Du musst jetzt hingehen auf vier Beinen, okay? Und sag, Achtung, hier komme ich und krieg eine vorbei, okay? Go! Oh Gott! Halt! Halt! Achtung! Hier komme ich! Das ist ein Hindernis! Ja! Das ist ein Trottelnicke! Ein Hindernis! Der Max Hüls Wissen, Revanche! Manche lernen es nicht. Oh Gott! Das mache ich! Das mache ich! Boah! Riegler! 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 Schlechtester Bohnen! Tyra! Maschine! Hehe! Der Typ ist gerade durch die Luft gespielt. Einfach nur, was ist los? Was geht ab für in der österreichischen Bundesliga? Ah! Sehr gut! Was ist los? Souverän! Souverän! Notwendig! Und... Manche lernen es nicht. Wer ist es diesmal? Wer ist es wohl? Ja! Anschluss! Es geht noch alles! Und dann so der Moment kommt, in dem du nicht einmal mehr faulen kannst, weil du sie nicht triffst! Scheiße! Die wichtigste Ecke meines Lebens! Mit einem Zittersieg! Alltag mit einem Zittersieg! Kliniki! Siehst du das vor einem Mann? Ja! Der dort sitzt mit der schwarzen Kappe? Ja! Und wir wissen beide, dass du dich immer relativ schnell in Männer mit schwarzen Kappen verliebst, oder? Ja! Ja! Das solltest du ihm, glaube ich, mitteilen! Ich glaube, diese Information solltest du ihm nicht vorenthalten! Ja! 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 Das ist wichtig! Untergang wie hätte ich einen Was? Schiri, das war ein Fall! Schiri, du, wir wissen nur, was er versteht. Jetzt sind wir bereit für den besten Freistoß in der FIFA-Geschichte. Ja, das ist ein Tor. Und es beginnt schon wieder genau gleich wie vorher. In der 83. Minute. Ich mittere etwas. Und wieder souverän durch die Schlussphase gerettet nach dem Anschlusstreffer. Siehst du über einen Typ vorhin, wie das Eierstand war? Du gehst hin und fragst sie. Du fragst sie einen Burschen. Du musst sie Burschen nennen. Sagst ihnen, dass du keinen Kalipo-Cola magst. Das magst du gar nicht. Keinen Kalipo-Cola, okay. Und ob sie Alternativen haben. Das ist okay. Du würdest gerne an irgendetwas anderem Kalipo-Cola. Oh Gott, nein. Folgende Problematik. Ich mag kein Kalipo-Cola. Was wäre so eine Alternative? Es gibt hier noch Twini. Twini? Alle herholen? Alle. Okay, probieren. Ja, stimmt. Ich versuche hier zusammen zu reden. Na gut. Töter. Okay. Wenn du noch einmal Schachter... Schachter Lester spielen möchtest, dann bitteschön. Dann hab ich dir echt schön vorgelegt. Kannst du mal einen schwachen treffen? Ja, sehe ich. Jetzt. Ist hinten eigentlich. Ja. Reißt euch. Renn doch irgendwie vor, dass du den scheiß Ball nochmal annehmen kannst. Jetzt. Ja, komm. Den Pfeil immer anlassen, denn damit kann man Mindgame spielen. Oh. 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 Jetzt. Raus auf die Straße mit dir. Okay Maxi, da kommen jetzt noch eine Gruppe von Leuten, eher älteres Kaliber. Ja. Ja, sehe ich. Den Kinderwagen dabei. Ja, genau. Ich frage mich aber, was ist denn da drinnen eigentlich? In dem Kinderwagen? Ja. Ja, also ich würde gerne einmal... Ich... Ich soll Sie fragen, was in dem Kinderwagen drin ist? Bitte, ja. Frieden das mit den Erfahrungen. Ich hab keine Ahnung, was da drin sein könnte. Ja, okay. Go for it. Gut. Entschuldigung. Ich hätte eine ganz wichtige Frage. Was ist denn da drinnen? Was ist da drinnen? Ich muss erfahren, was da drinnen ist. Ja, das... Was war? Es war doch nicht so freundlich, wie ich dachte. Achtung, die folgende Aktion wurde spontan und ohne vorhergehende Recherche durchgeführt. Wir bitten euch, den Blödsinn nicht zu Hause nachzumachen. So, jetzt zusätzlich zum Straßenplanieren noch für jedes Tor, was man kassiert, gleich live einen kleinen Löffel Salz. Das ist ein Teelöffel. Ein Teelöffel Salz konsumieren. Was? Was? Das war kein Foul. Das war Ball gespielt. Nein! Und es ist rot und ich hab keinen... Blaise Matuini. Gescheißen, Alter. Nein! Das ist... Boah! Ball! Was ist das für Salz da noch? Salz? Ich hab noch nie in meinem Leben pure Salz gegessen, oder? Schmeckt das so? Wirklich? Ja. Baah! Grazman! Riffen nicht am Grazman! Oh, bitte. Nein, ich... Ich fress kein Salz mehr. Das ist so krasslich. Hau ab mit dem Scheiß! Hier und so... Aboliert uns. Baah! Langsam fang ich an zu hinterfragen, ob es zu schlau war auf total offensiv zu gehen. Ich kann nur einen Tipp geben. Wenn der Tipp Ronnie ist. Nein. Wenn der Tipp Usman trifft, wenn ich der Fußmann ist. Es würde 0-0 stehen. Nein! Nein! Salz! Nein! Da! Und ich bereue in dem Moment, wo ich dir das befindet. Du achst, dass du es wahrscheinlich ins Video reinschneiden wirst und ganzen Arme ranzooms. Und zertrennbar... RONNIE! Spürst du, wie du im Körper bist? Was? Was? Unsere Eben. Was? Es ist bald urlange. Raut um die Straße mit dir. Entschuldigung. Sorry. How do I sit? I forgot how to sit. Okay.